Herzlich Willkommen zu meiner Folge der Auszeichnung Blieb Jetzt führten wir den Händler auf, was wir noch richtig gemacht haben Ich weiß gar nicht, wo die auch nicht sind Ich fern wir jetzt mal dazu auf Gut, ich habe jetzt mal einen Punkt markiert In der Eiszone Oh, dann war hier auch noch einer Kurz vorlegen, da oben Ah, da machen wir den Ding, machen wir hin Ganz wichtig, weil wir haben die 36 Das heißt, wir müssen mit dem Gas gehen Ich muss mal kurz was nachdenken Also hier War der garantiert nicht Da oben war der Gut, dann fahren wir mal In so eine andere Richtung Nur eine 2-Zeit-Fahrer, ganz schlecht Oder hier eine Eisenfahrer Böse Eisenfahrer Für einen selber So Wenn wir mit dem Gas gehen Bei dem 16.36 Die Zeit hätten wir davon Auch noch läuft Ja, läuft Gut Ja, wir haben ein paar Sachen eingepackt Ich glaube, die brauchen wir nicht unbedingt Das kann man gut verkaufen Mal schauen, ob wir ein bisschen Ich herkauf kriegen Hauptsächlich gute Ressourcen Brauche ich weniger Hier Ja, mir wäre wichtiger Ich hätte Ich hätte wissen, ob ich das bauen kann Oder Und einige Die hätten besser werden Also Ja, guten Tag Nur das ist dann in kleiner Form Besser werden Und das ist Ganz wichtig Besser Geräte bauen Das ist eine Und vor allen Dingen Auch noch bauen können Wenn man eine Motion aus normalem Stahl herstellen kann Dann bin ich Äh, auch Schneider Denn Eisen Das ist kein Thema Das ist ja mehr als genug da Und wenn die eine Mine, äh, mal wirklich alle sein sollte Dann wird mal eine neue, ne So, da sind wir hier Nehmen wir kurz rein, überladen wir Sinn Passen wir auf Hier kommen die Sonne rein Also wer was machen will Hier ist alles Warten Kann man nutzen, ne Also Werkbank Chemie Ja, legal assistance Schön, dass es deutsch ist, ne Das war für mich vorher im Prinzip, äh Im Prinzip, äh Wie soll ich sagen Unmöglich was zu kriegen, ne So Ist nicht viel, aber Ist mitzunehmen, ne Wie gesagt, wenn ich was hätte Was besser wäre, hauptsächlich hab Äh, äh So ist es sofort So nicht behalten, ne Aber wenn man nicht, äh Mein Inventar, wenn ich, äh Hier Endet nicht alles Warum fehlt der Bruder Oh, ne Haben wir nicht Die Axt auch nicht Messer auch nicht Ne Das kennen wir schon Gut, schauen wir mal Und zwar Hochkämischer Das ungünstig Das ist das Bücher wo schon, äh Naja gut Schon hatten Bringt ja nichts, ne Papier Ja Alles Mission Es machen Ja Nicht Aber nicht heute Bauplan Datfall habe ich gerade verkauft Junge, du hast nicht viel Bauressourcen Das brauche ich eigentlich nicht Und das brauche ich auch nicht Stell ihn lieber selber her Schießfolger Warte, gewonnen könnte wäre Munition, ne Und zwar Messing Ah, ne Hat er auch nicht Letzte gefallen Einmal, das haben wir alles Kleidung Ich bin enttäuscht Medizin Ich bin enttäuscht Ich bin enttäuscht Wenn ich was hab dann kam auf Köln Ich bin enttäuscht Totgeheim CE Ach so Aaaaaa Jagdgewehr Kaffee kauf Wissenschaft Dose Chili Kleber Öl nichts ob wir jetzt unbedingt gebrauchen würden könnten also heute was da kleine platzenfasern so patronen gut gut hast du direkt eine munition für mich außer feile und munition nicht schwach eisen eisen stahl ist vornehmen alles mal gucken wir alles 30 dazu weisen ein bisschen placken dessel bauplan peace be with you my friend but you and save aber es erfüllt okay keine bücher keine jene kennen gut schrubblüte ja nicht die kann es in notfalls versagen herstellen so 803 machen auch noch vor aktuell wegen aus eisen fallen ein bisschen ausbauen kann man diese böse fahren morgen das morgen kracht kommt ich kann ja mal gucken mein nachbarhäuser damit dann aber finde ich ob das nicht was wir wie vor hat hier ein material für c funktions kiste da im reing nebenbei kann man ein paar kollegen wo dann sinn macht wenn wir jetzt auch was finden erst mal die mein hauslein holfond war das ist zuerst lass mich leer wenn wir reingehen da sind wir auf dem safe brauchen wir ein banzin reich dann bis zu hause hat genug dabei ich kann gleich zu hause auffüllen hat man vielleicht vergessen und beim nächsten mal nicht für nachladen müssen die häusern war ja einiges aufwarten oder eine andere spätestens morgen so gehen wir euch rein da kann ja auch ein abgerüttelt getrunken zu bauen die dinge um fertig von reihe davor von hier kommen wir ganz viel letztes mal kamen sie oft und von oben kamen sie viel also da gehen wir hier in den keller rein kennen wir uns aus wir sollten keine zombie sein aber weiß er nicht kann sein dass hier nichts gibt und türgriff haben wir da ja ne wieder ein ja hier unsere alte hütte hier ja aber das sei vorhanden gewesen wenn wir zu sein dann ja wie so papier und so da wenn man das verstört haben wir auch Papier hier Papier kann man auch herstellen aus Baumwolle gut da gehen wir nachbarhaus denn hier wird nichts resport sein also gehen nachbarkeller ja so zu meinem häuschen kurz hier raus gehen wir hier rein also hier so können wir noch ein bisschen was holen ja ein Soldat ja 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 geht's auf ja keine eine eine Mäßing Mäßing nicht gerne Und ja, wir haben es gefunden! Aufwachen! Der Chef ist da! Viel Mäßing! Gut! Das ist typisch! Da denkt man so, man hat mal vollgeladen und dann... Das ist doch nicht der Fall! Au! Naja, jetzt schalte ich noch um die Arbeit! War hier noch im Keller? Da drüben! Hm, gehen wir nach oben! Gibt's auch was! Geht's auch was! Geht's auch was! Kein Griff? Oh, hei! Geht's auch was! Oben geht's weiter! Von oben geht's nämlich runter! Wie muss ich sehen? Geht's auch was! 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 Sauber! Geht's auch was! Geht's auch was! Ich hab's gar nicht gemerkt! Gut, die Türen kommen nicht wieder, ne? Die Munition ist ja gut, aber die braucht nicht! Geht's auch was! Hat sich nicht angeklickt! Ja, lass das sein! Wie wisst ihr, ihr könnt nicht gewinnen! Ja, das ist, muss ich sagen, ein glückslos! Ja! Das, kann man so sagen, ist ein glücklos! Ja, das kann man halt nehmen! Ja, das kann man halt nehmen! So, irgendwo war ich noch ein Keller, oder was? Nehmen an! Da geht's hoch zum Obergeschoss, da geht's auch noch mal zu wohl, meistens! So! Oh! Ich bin hier hoch! Und womit? Der sagt keinen Mucks mehr! zu dir gut sein könnte besser wie nix gut hier auch mal gewesen und hier haben wir noch ein bisschen was zu holen medizin ist aber gut der ruide für ein traumkurschule 4 ja voll Hütnersuppe, na gut, kann man das essen schönen Helm, alles, Rüstung, Minus 2 war so ärgerlich, und der hat na gut, machen wir das später die schreien da drin schon wieder jetzt heißt aber schnell zurück ich bin nämlich voll beladen Fabulan heißt, in dem Augenblick, man sollte nächstens viel kämpfen ich bin noch nicht sicher, aber ich freue mich, wir schauen an die Ecken hier das ganze Problem, bin ich dir eigentlich sicher aber, ich bin ja nicht drinnen, ne hat sich doch gelohnt, morgen geh mit einem Haus rein bist du ausgepowert, ne hier müssen wir mindestens drei Reihen noch hin fallen, da war ich gut und hier muss auch noch ergänzt werden auf drei und hinten auch noch ein bisschen dann sollten wir gut geschützt sein so, mal schauen, was wir noch haben ob wir dann sehen, was wir nicht brauchen können wir sagen, Mods, Kitzel, Mods alles, was Mods ist, also hier, Bauplan können wir nicht mal legen so, Brennermod, was schon gut sein könnte mit der beste Mal im Anziehen gleich Blusen, unser Geld für den Händler da brauchen wir mal so, was können wir verkaufen, ganz gut wir nehmen mal einen Militärhandbrick und einen werden wir mal reparieren dauert auch einen Blick und dann kommt man rein so, Jacke, Jacke Ausdauer Minus, Minus Groschen von 10 ich bin mir nicht ganz sicher, was gut ist so, Jacke wäre, Jacke wäre nur ein 2 drüber Holzbogen ich wollte gar nicht haben, der Händler ich habe eine Axt, die kann aber weg Lederponcho, aber das brauchen wir auch nicht was für die Hüste da schmerzt man gleich ein dann läuft ja noch ein paar Sekündchen, dann haben wir mit Hersteller dann haben wir mit Munition die Bauern hat denkt was also wie es macht 80 Laufschuhe was kann hier unten weg nichts das Fleisch das Fleisch kommt hier hin das Fleisch kommt hier hin das Klappkatzung kommt da hin das Läden ziehen wir nicht an Eisen die Teile da haben wir schon Eisen also Eisen dann haben wir Laufschuhe Säure und Säure Säure brauche ich für Dings Zutat Wasser hier mehrere Flasche eine Dose kann woanders hin das ist eigentlich auch das kann ich hier mitzugpacken das ist hier auch woanders nehmen wir hier rein die weiße Bezug egal gut keine Ahnung rein achso Kälte wieder statt nicht plus drei achso schauen wir uns mal unser Typen mal an hier die Zigarre okay so Helm na so muss doch richtig sein genau so was habe ich wenn ich das Garten was drinne verändern wollten wir was ausnehmen und abschließen Mütze verändern ist da perfekt ich bin mir wegen Licht draußen so da war drin gewesen ne ging von aus ob die raus ist die zwei rein bin auch nicht logisch so das war es war die gewesen sein ich mag aus wo wir arbeiten war aber egal aber noch Gäste ich mach mal drei rundherum ich bin ja schon ganz gut geschützt hier drinne ganz gut geschützt ja dann seid mal schüler wie winkel hat mir Spaß gemacht noch mehr warten verkaufen was wollte ich da verkaufen hier nix bei nächstes mal aber der hat ja fast nichts gehabt ne aus der schruchflinte mal gucken was hierher kann also zicksten sinn machen da bin ich abgang die sind fertig position die herstellen kann egal ob die oder die anderen das noch das das wenn das ja wofür ist das gut ne auch hier bücher bücher so jetzt ist aber schluss heute es geht morgen beute und danke fürs reinkommen